Hans Zesch-Ballot war ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Leben Zesch-Ballot gab sein Bühnendebut als Schauspieler 1919 in einer Inszenierung von Wilhelm dem Stück Lenzstraße nach Steinach am Hoftheater Dessau. Es folgten Engagements an deutschsprachigen Theatern in Berlin, Wien, München und Hamburg sowie zahlreiche Bühnengastspiele. 1930 gab er in Anatole Litwarks Komödie Dolly macht Karriere sein Spielfilmdebüt. In seiner mehr als 40 Jahre und über 100 Produktionen umfassenden Film- und Fernsehkarriere spielte Zesch-Ballot fast ausschließlich markante Neben- und Chargenrollen in Filmen unterschiedlichster Genres. Er wirkte mit in Komödien wie Einmal der Liebe Herrgott sein Abenteuer Filmen wie Der Tiger von Eschnapur, Kriegsfilmen wie Louis Trenkers Kondorziary, Propagandafilmen wie Paul Wegeners Ein Mann will nach Deutschland und Reitet für Deutschland, Drammen wie Falk Harnachs der 20. Juli, Helmut Keutners Nachts auf den Straßen, Zeugen aus der Hölle, Science-Fiction-Filmen wie Ein Mann geht durch die Wand und Kriminalfilmen wie Am Tag, als der Regen kam und der Edgar-Wallace-Adaption Das Rätsel der Roten Orchidee in der Ersiegfried Schürenberg als Sir John ersetzte. Daneben übernahm Zesch-Ballot Gastauftritte in Fernsehserien wie Das Kriminalmuseum und Graf Jostar gibt sich die Ehre, Filmografie, Hörspiele, George Simonon, Maigret und seine Skrupel, Bearbeitung, Gerd Westphal, Regie, Heinz-Günter Stamm, BL 1961, Der Audio Verlag 2005, ISBN 9783898133906 Der Audio Verlag 2005,